Sollten Schwangere eigentlich generell Eisen zu sich nehmen? Und wie ist das mit dieser Eisenmangelanämie? Was ist das eigentlich? Welche Folgen hat das? Wer bekommt das? Was macht man dann? Heute soll es um das Thema Eisenmangelanämie gehen. Das heißt, ich erkläre euch, was das ist, welche Folgen es hat, wie man es erkennt, wie man es behandelt und ob es generell sinnvoll ist, in der Schwangerschaft Eisenpräparate einzunehmen. Also erstmal sei gesagt, dass es keine offizielle Empfehlung gibt, in der Schwangerschaft Eisen zu substituieren. Es gibt nur eine offizielle Empfehlung für Jod, Folsäure und DHA, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung übrigens. Wenn ihr euch fragt, wer solche Empfehlungen ausspricht. Für Eisen gibt es sie nicht. Aber bis zu 30 Prozent aller Frauen leiden unter Eisenmangel und mindestens 15 bis 20 Prozent, geht man davon aus, haben auch eine Eisenmangelanämie. Und ich selber hatte auch eine fette Eisenmangelanämie in der Schwangerschaft und danach auch im Wochenbett. Ich habe mit dem Thema also sehr viel zu tun gehabt. Und deswegen erkläre ich euch jetzt mal alles dazu. Grundsätzlich erstmal, warum braucht der Körper eigentlich Eisen? Also Eisen wird benötigt für die Bildung des roten Blutfarbstoffs namens Hämoglobin. Und das Hämoglobin ist dafür zuständig, dass eure Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen den Sauerstoff durch euren Körper transportieren können und jede einzelne Zelle in eurem Körper mit dem Sauerstoff, den ihr in der Lunge aufgenommen habt, versorgt werden. Das war so eine ziemlich wichtige Aufgabe, die das Hämoglobin da so hat. Und das heißt, wenn wir zu wenig Eisen haben und zu wenig Hämoglobin bilden können, dann fällt der Hb-Wert, das ist die Abkürzung für Hämoglobin, den habt ihr ja vielleicht schon mal gehört, fällt ab. Und das kommt mit Symptomen. Zu denen kommen wir gleich ab erstmal. Erstmal kurz von der Definition her nach Schwangerschaft sagt man, sollte der Hb mindestens bei 11,2 Gramm pro Deziditer liegen. Wir Mediziner haben immer ein bisschen komische Einheiten. Da schimpft mein Mann auch immer, wenn er das hört und sagt, das sind so komische Einheiten, die ihr verwendet. Er ist ja Physiker, deswegen. Die meinen das ein bisschen besser als wir Mediziner. Gebe ich auch offen zu. Aber egal. Also 11,2 ist der Grenzwert im ersten und dritten Trimester. Im zweiten Trimester toleriert man auch noch 10,5. Darunter sagt man, ist das Ganze behandlungsbedürftig. Eigentlich wäre es aber noch besser, wenn man nicht nur den Hb bestimmt, sondern den Ferritinwert. Das ist nämlich der Eisenspeicher des Körpers und gibt einen Aufschluss darüber, ob ihr einen ausreichend gefüllten Eisenspeicher habt. Übrigens hier sagt man, ab 50 Mikrogramm pro Liter ist gut. Unter 30 sagt man, ist ein Mangel und dazwischen ist so eine Grauzone. Vermutlich seid ihr in der Grauzone oder im Mangel. So, jetzt aber vielleicht dazu. Wieso kommt es eigentlich zu einer Eisenmangelanämie in einer Schwangerschaft? Also Frauen sind ja sowieso schon mal durch den Blutverlust über die Monatsblutung erhöht gefährdet, an einer Eisenmangelanämie zu leiden. Wenn ihr euch vegetarisch ernährt, sogar noch ein bisschen mehr. Weil, da komme ich später noch dazu, tierisches und pflanzliches Eisen und so weiter. Aber Fakt ist, dass Fleisch, gerade rotes Fleisch, enthält viel Eisen, das auch gut verwertet werden kann. Wenn man darauf verzichtet, hat man sowieso schon ein höheres Risiko. In der Schwangerschaft passiert aber noch Folgendes. Einmal wird euer Blutvolumen richtig erhöht. Ihr habt vorher als Frau so etwa 4-5 Liter Blut und in der Schwangerschaft steigt das um 40% an, dieses Blutvolumen, dass ihr am Ende der Schwangerschaft 6-7 Liter Blut habt. Das ist eine Vorbereitung dafür, dass ihr auch unter Geburt Blutverlust haben könnt und trotzdem noch überleben könnt. Es kommt aber durch diese Erhöhung, da kommt erstmal mehr Wasser rein und dadurch verdünnt sich erstmal das Blut. Und dann, wenn man was verdünnt, geht die Konzentration runter. Gebt man von Apfelsaft. Und was dann natürlich auch dazu kommt, ist Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, die leben 120 Tage lang. So eine Schwangerschaft dauert länger. Also muss der Körper auch in der Zeit immer neue rote Blutkörperchen nachbilden. Gleichzeitig wird das Eisen aber auch dafür verwendet, den Eisenspeicher des Kindes aufzufüllen. Das Kind ist nämlich so ein kleiner Parasit und bezieht sich die Sachen als erstes und euer Körper sagt erstmal, ich komme an der zweiten Stelle. Erstmal das Kind. Folglich ist es so, dass ihr in der Schwangerschaft ein Eisendefizit erleidet. Man geht davon aus, dass eine Schwangerschaft ungefähr 1000 Milligramm, also 1 Gramm Eisen benötigt. Der Eisenbedarf steigt dabei auch nicht in der gesamten Zeit der Schwangerschaft gleich stark an. Also es ist vor allem im zweiten Trimester, so ab der 20. Woche, steigt der Eisenbedarf deutlich an. Und da geht es dann auch meistens mit der Anämie los. So war es im Übrigen bei mir auch. Am Anfang war es in Ordnung und dann bin ich irgendwann runtergerauscht bis auf 9,5. Und dann hat meine Frauenärztin auch gesagt, Frau Black, jetzt müssten wir mal über Eisen sprechen. Komme ich aber noch gleich dazu. Ja, jetzt kommen wir erstmal dazu, was hat das eigentlich für Folgen? Ich habe ja schon gesagt, roter Blutfarbstoff transportiert Sauerstoff. Wenn zu wenig, dann logischerweise klappt das nicht so gut. Die Eisensymptome von so einer Eisenmangel-Alemie sind super, super unspezifisch. Da kommt als erstes mal natürlich dann Kurzatmigkeit dazu. Kein Wunder, der Sauerstoff kommt nicht dahin, wo er soll oder nicht in ausreichender Menge. Dann kommt aber auch sowas wie Müdigkeit, Blässe, Abgeschlagenheit, Infektneigung, brüchige Haut, also Fingernägel und Haare. Es kann zu so Mundwinkel-Ragaten kommen, dass die Mundwinkel so einreißen. Ihr habt ein blasses Lippenrot, die Zunge ist nicht so rot. Also das sind alles so unspezifische Zeichen. Das fällt einem nicht unbedingt auf. Aufs Kind hat es auch leider Auswirkungen. Wenn ihr wirklich einen manifesten Eisenmangel in der Schwangerschaft habt und nichts dagegen unternehmt, dann wird das Kind häufig zu klein. Es kann also beim Kind zu einer sogenannten Wachstumsverzögerung kommen. Es ist auch so, dass Eisen durchaus für die Hirnentwicklung wichtig ist. Also auch da sollte man kein Risiko eingehen, wenn man nicht mit dem Gehirn von dem Kind spielen möchte. Das sollte man schon therapieren, wenn ein Eisenmangel vorliegt. Und bei schwerem Eisenmangel steigt auch das Risiko von Fehl- und Frühgeburten. Also durchaus etwas, was nicht nur für euch als Mama unangenehm, sondern auch für euer Kind ist. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zur Frage, wann sollte man denn eigentlich Eisen nehmen und sollten wir alle Eisen nehmen? Ja, das Interessante ist, dass es keine offizielle Empfehlung zur Eisensubstitution in der Schwangerschaft gibt. Und das, obwohl sich eigentlich alle Experten einig sind, dass man den erhöhten Bedarf in der Schwangerschaft nicht über die Ernährung gedeckt bekommt. Nicht nur als Vegetarier nicht, sondern auch als Fleischesser ist das eigentlich kaum zu schaffen. Also ihr müsstet euch schon sehr, sehr, sehr stark darauf ausrichten. Das ist kaum zu machen. Auch selbst mit Eisen angereicherten Nahrungsmitteln gibt es ja hin und wieder mal, ist es eigentlich nicht zu schaffen. Also man kommt eigentlich in ein Defizit. Trotzdem gibt es diese Empfehlung nicht. Also man braucht auch als Schwangere wirklich ungefähr 50 Prozent mehr. Also normalerweise sagt man 20 Milligramm pro Tag sollte man zu sich nehmen. Sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. In der Schwangerschaft sollten es etwa 30 sein. Mit der Ernährung schafft sie 15 bis 20. Also es reicht nicht aus. Vielleicht kurz als Exkurs. Ich habe es schon angesprochen. Also besonders eisenhaltig sind tatsächlich tierische Produkte. Insbesondere rotes Fleisch. Es gibt auch pflanzliche Eisenspeicher. Keine Frage. Also zum Beispiel Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, grünes Gemüse. Alle super Sachen solltet ihr auch in der Schwangerschaft essen. Ich habe ja auch ein Video zum Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Das verlinke ich euch selbstverständlich auch sehr gerne. Dennoch gibt es da so ein kleines Problem dabei. Und zwar liegt das damit zusammen, dass die Aufnahme von Eisen im Darm ist nicht gleich. Die hängt davon ab. Unter anderem ob es sich um zweiwertiges oder dreiwertiges Eisen handelt. Also die Eisen-Ionen. Dann ob das eventuell an etwas gebunden ist. Zum Beispiel an Kohlenhydrate oder Proteine. Also der Ursprung des Ganzen. Ob es tierisch, pflanzlich oder mineralisch ist. Das hat alles einen Einfluss darauf, wie viel in eurem Darm von dem Eisen in eurer Nahrung tatsächlich aufgenommen werden kann. Und leider ist es so, dass insbesondere pflanzliches Eisen häufig nicht so gut aufgenommen wird. Also grundsätzlich vom Körper nicht so gut aufgenommen wird. Weil es eben in der nicht so gut aufgenommenen, dreiwertigen Form vorliegt. Statt bei Fleisch, wo es zweiwertig vorliegt. Darüber hinaus ist pflanzliches Eiweiß leider häufig fest an Kohlenhydrate gebunden. Und damit ebenfalls gehindert in der Aufnahme. Das ist alles leider nicht so förderlich. Deswegen betrifft es eben Vegetarier oder Veganer noch häufiger. Trotzdem sind es gesunde Produkte. Also merkt euch, dass grünes Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte sind sowieso generell super in der Schwangerschaft. Aber ihr werdet eventuell trotzdem in einen Eisenmangel kommen. Ja und wann ist dann eine Substituierung von Eisen eigentlich empfohlen? Also die Therapie Empfehlung, habe ich ja anfangs schon angesprochen, wird gegeben, sobald der Hb unter 10,5 gefallen ist. Und der Ferritin, der Eisenspeicher unter 30 ist. Dann empfiehlt man Eisen zu geben. In der Regel wird euch der Frauenarzt dann entweder Tadiferon oder Ferrosanol verschreiben. 80 Milligramm pro Tag etwa. Am besten ein bis zwei Mal. Und ja, dann könnt ihr mal gucken, wie ihr das so vertragt. Denn Eisen hat durchaus ganz ordentlich Nebenwirkungen. Also Eisen macht vor allem gastrointestinale Nebenwirkungen, sprich Magen-Darm-Trakt. Eisen kann Ölkeit hervorrufen. Es kann zu Oberbauchbeschwerden und Schmerzen kommen und zu Verstopfungen. Und ich hatte alles davon. Also mir ist auf Eisen immer schon schlecht geworden. Das hat eine Weile gebraucht, bis ich mal irgendwann rausgekommen bin, bei einem Multivitamin-Präparat, was ich früher vor dem Kinderwunsch genommen habe, dass es das Eisen ist, warum mir morgens immer schlecht geworden ist. In der Schwangerschaft habe ich dann direkt es nicht morgens genommen, wie es eigentlich empfohlen wird. Auf nüchternen Magen morgens ist die Empfehlung. Also da wird mir auf jeden Fall immer schlecht. Ich habe es versucht mittags aufzunehmen. Übrigens, die Aufnahme von Eisenpräparaten ist auch noch von der anderen Ernährung abhängig. Vitamin C hilft. Also das Glas Orangensaft dazu zum Beispiel ist super. Kaffee dagegen hindert die Aufnahme. Ihr solltet zwei Stunden bevor ihr Eisen nehmt oder nachdem ihr Eisen genommen habt keinen Kaffee trinken. Auch etwas, weshalb es ihn morgens nicht besonders attraktiv gemacht hat. Und ja, Koffein ist in der Schwangerschaft in moderaten Längen in Ordnung. Auch hier verweise ich nochmal auf mein Video Ernährung in der Schwangerschaft. Ja, also auf jeden Fall, das spricht auch dagegen, es morgens zu nehmen. Dann mein Tipp mittags und mit Vitaminen zusammen. Vitamin C. Fruchtsaft. Klasse Lösung. Dann habt ihr zumindest das Schmack gesteigert. Leider hatte ich trotzdem massive Verstopfungen. Ihr kriegt dann auch schwarzen Stuhl. Weil das Eisenblatt nicht aufgenommen wird, bleibt im Darm. Und das führt dann zu schwarzem Stuhl. Ich weiß, das sind immer lecker solche Themen. Aber wir müssen drüber reden. Weil das betrifft super viele Frauen. Und ich hatte wirklich massiv Beschwerden damit. Sowohl mit dem Tartiferon in der Schwangerschaft, als auch mit dem Pherosenol, was ich im Wochenbett mal wieder verschrieben bekommen habe. Aber keine Sorge, ich habe auch noch eine Lösung für euch. Aber erstmal kurz von einem Therapieerfolg spricht man, wenn dann nach 10 bis 14 Tagen der Hb-Wert tatsächlich ansteigt. Die Eisenspeicher kann man schon vorher sehen, dass die schon nach wenigen Tagen ansteigen, wenn man das kontrolliert. Sollte das nicht der Fall sein, kann man auch Eiseninfusionen geben. Oder bei sehr, sehr schweren Anämien, die auf beides nicht reagiert haben, kann man auch über Bluttransfusionen reden. Das ist aber wirklich Ultima Ratio und wird nicht standardmäßig gemacht. So und jetzt, ich habe euch ja schon von den Nebenwirkungen berichtet, meine persönliche Empfehlung. Deswegen habe ich das Video auch als Sponsored Content markiert. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Das ändert aber nichts daran, was ich euch jetzt empfehle. Und zwar von InnoNature, das Eisen plus Vitamin C. Das empfehle ich euch deswegen, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, weil es mir unglaublich geholfen hat in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit. Also im Wochenbett. Deswegen empfehle ich euch das. Ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch wieder einen Rabatt-Coupon tatsächlich für euch, weil ich mit InnoNature auch gesprochen habe. Witzigerweise, ich habe es schon vorher, bevor ich das erste Mal mit ihnen gesprochen habe, von meiner Hebamme empfohlen bekommen. Habe dann erst brav genommen, was mir verschrieben worden ist von der Ärztin. Ich bin zum Ergebnis gekommen, dass ich es leider schlecht vertragen habe. Habe dann gesagt, ich will das nochmal mit diesem InnoNature probieren und habe dann mit InnoNature gesprochen. Die sind auch wirklich richtig dahinter. Die geben sich super viel Mühe. Die haben generell tolle Nahrungsergänzungsmittel. Muss man wirklich sagen. Aber heute geht es mir vor allem um dieses Eisen. Das ist schon mit Vitamin C kombiniert. Damit wird es deutlich besser aufgenommen und ich kann nur von mir aus sagen, also bei mir ist damit der Hb-Wert tatsächlich super schnell dann weiter gestiegen. Ich hatte ja immer wieder Blutkontrollen, auch nachdem ich das Tadiferon abgesetzt habe. Also ich bin, glaube ich, mit Tadiferon in drei Wochen von 9,5 auf 10,4 hochgekommen. Ne, in vier Wochen. Und dann habe ich nochmal drei Wochen das InnoNature genommen. Ich habe es deutlich höher dosiert genommen, als es auf der Packung drauf steht. Das muss ich auch dazu sagen. Was aber in Ordnung ist. Ja, und damit habe ich den Wert auf 10 von 10,4 auf 11,6 gesteigert bekommen innerhalb von drei Wochen. Also nochmal richtig gut und dann war ich endlich in einem guten Bereich. Und in der Zeit hatte ich aber keine Verstopfungen mehr. Und gut, Übelkeit habe ich eh in den Griff bekommen gehabt, da ich es nicht mehr morgens genommen habe. Aber deswegen wirklich von mir ganz klare Empfehlung für das Produkt. Ich habe zeitweise sechs Kapseln pro Tag genommen. Ich glaube, die Empfehlung ist zwei für Schwangere, eine für Stillende. Wie gesagt, ich habe zeitweise sechs genommen. Auch im Wochenbett habe ich dann zwei genommen, um da meinen Eisenwert wieder in den Griff zu bekommen, nachdem ich das Pherosanol genauso schlecht vertragen habe wie das Tadiferon. Ja, und ich kann nur sagen, ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber es ist auf jeden Fall durch die Zubereitung, es wird das Curryblatt gewonnen, habe ich es wesentlich besser vertragen und ich habe auch schon von vielen anderen Frauen die Rückmeldung bekommen, dass es ihnen genauso geht. Daher kam auch die Empfehlung meiner Hebamme. Ich kann euch nur empfehlen, probiert es mal aus, ob ihr es auch vertragt. Genau, Rabattcode habe ich euch ja schon gesagt. Verlinke ich euch, schreibe ich euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch das Produkt bzw. den Shop von Indonature. So und damit nochmal zusammenfassend, was sind meine Tipps für das Thema Eisensubstitierung? Also ich schließe mich jetzt inzwischen den Experten da auch an. Ich weiß, ich habe vorher auch gesagt, Eisen nimmt man erst, wenn man Eisenmangel hat. Dann hatte ich eine Eisenmangelanämie und habe echt kämpfen müssen, um sie loszuwerden. Deswegen würde ich jetzt sagen, ganz ehrlich, viele Experten sagen, ab der 10. Schwangerschaftswoche ist eine Prophylaxe mit 30 bis 40 Milligramm Eisen pro Tag sinnvoll. Da seid ihr mit zwei Kapseln von dem Indonature super bedient. Oder ihr könnt natürlich auch ein anderes Eisenpräparat schauen, ob ihr es gut vertragt. Ja, also schaut einfach, was für euch funktioniert. Aber diese Prophylaxe ist meines Erachtens nach auch sinnvoll. Keine Empfehlung von mir kriegen die meisten Säfte, die Eisen enthalten, weil sie alle viel zu wenig Eisen enthalten. Es gibt eine einzige Ausnahme und zwar den Rotbäckchen Mama Eisen Plus Saft. Das ist so ein blauer. Nicht der Originalsaft, nicht der Immunstark, nicht der Stillsaft, sondern nur dieser Eisen Plus. Der enthält tatsächlich auch so viel Eisen im Verhältnis zu Zucker, dass es sinnvoll auch sein kann, damit eine Prophylaxe durchzuführen. Zum Auffüllen, wenn ihr schon Eisenmangel habt, reicht es nicht aus. Aber als Prophylaxe kann der wirklich was taugen. Bei den anderen trinkt ihr ja unendlich viel von dem Saft. Da werdet ihr a arm und b nehmt ihr viel zu viel Zucker zu euch. Also ich habe mal so einen gesehen von Hohes C, da habe ich mich tierisch geärgert. Das habe ich auch auf Instagram gepostet. Da hätte man irgendwie eineinhalb Liter pro Tag trinken müssen, um einfach nur den Bedarf zu decken. Und da stand drauf angereichert mit Eisen. Da habe ich mir echt gedacht, ihr verarscht mich doch. Ja, na gut. Wie gesagt, ansonsten, wenn ihr Eisen nehmt, auch falls ihr die Produkte nehmt, die euch klassischerweise vom Frauenarzt verschrieben werden, dann meine Empfehlung, nehmt es nicht morgens auf nüchternen Magen, sondern nehmt es mittags, nehmt es mit Abstand zu Kaffee und nehmt es mit Orangensaft oder irgendwie einem Apfel oder sowas zu euch. Das erhöht die Aufnahme und dann ist die Chance ein bisschen besser, dass ihr es gut vertragt. Und vielleicht ist es für euch auch gar kein Problem. Und in dem Sinne hoffe ich, das hat euch geholfen, das Thema Eisenmangel in der Schwangerschaft etwas besser zu verstehen und vielleicht, falls ihr eine Eisenmangelanämie bekommt, diese schneller wieder loszuwerden. Oder sie sogar gleich zu vermeiden bei den Prophylaxen machen. So, und jetzt verabschiede ich mich. Macht's gut ihr Lieben! Mua! 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 Mua!